Herzlich Willkommen zu Terminator Resistance. Nein, wir haben nicht den Target-Fetish-Evo. So, ich habe das Spiel getweckt. Wir spielen ausnahmsweise noch mit PhilidelityFX von AMD. Auch wenn wir die Nvidia-Karte spielen, das ist eine quelloffene Geschichte. Dadurch haben wir ein sehr, sehr gutes Bild und höhere Frames. Geil. Einfach nur geil. Neue Hauptkampagne. Für Spiele, die sich mit leicht anspruchsvollen Kämpfen auf die Handlung konzentrieren möchten, ordentliche Menge an Ressourcen und Munition. Für Spiele, die sich anspruchsvollen Kämpfen mit schwierigen und aufmerksamen Feinden wünschen, Ressourcen und Munition sind begrenzt. Vergiss es, ich brauche Munition. Ha, 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 ha. On August 29th, 1997, Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. It viewed humanity as a threat to its existence and decided to act. Judgment Day, as we eventually called it, marked the beginning of the war against the machines. Skynet attacks happened almost daily, but the attack that happened on that day was like nothing seen before. Come on, come on. Where are the others? Where's the rest of the resistance? I don't know. No! No, no! Listen to me then. What? Get us, now! Keep moving, quick! I'm through. This is private, Jacob. I know who you are. I know who you are. I know who you are. There's an evacuation point on the other 32. You need assistance there. Bring me in, Sikai. Yeah! Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. As soon as you get down the street, turn right and run as fast as you can. Eh, eh, eh. Now go right. Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Ow, suck! Ow, 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 ow. Turn left! Up there! Turn that! Was? Ich habe es doch geschafft. Okay. Mission aktualisiert. Entkommen aus Pasadena. Ich fühle mich wie in Half-Life 2 mit einem Rohr in der Hand. Hartrücken um selbst zu heilen? Okay, haben wir hier noch was? Sag mal S96, ähm, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Das ist ein bisschen besser, Geräusche von Half-Life geklaut, ja, jetzt festhalten, Mann, 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 Mann. Oh! Oh! All right, I will stop the head. Das wird nichts geben. Das wird nichts geben. Also eigentlich war es wie eine Droge, was mit allem im Spiel. Nimm die Munition, äh, ne Munition, ne Pistote, ja, ähm, was ist das denn? Kannst von unten durch die Tonne gucken. Oh! 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 T, um die Taschenlampe einzusetzen. Oh! 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 Die Erfassungsanzeige zeigt visuelle und akustische Erfassungsstufen eine Skynet-Einheit in Echtzeit an. Wenn die Anzeige rot wird, wurdest du von einem betreffenden Feind erfasst. Ja. Was? Spiders? Ihhh! Also hier mit dem AMD FidelityFX ist ja normalerweise nur 40 Frames an der Stelle beim letzten Mal. Ich bin jetzt hier bei guten 75, 78 mit 2K. Ja, das ist gut. Uhuhuhuhu. Okay, da geht es nicht lang. Stoff und Altmetall. Prof, ich hab was verloren. Ich muss direkt aufheben. Uhuhuhu. Ja, super, Klatze. Ahahaha. Was seid ihr denn hier für Viecher? Sehr nice. Ah! Wo ist die Werkstatt? Was ist da? Hallo? Warte mal langsam. Ich muss doch hier erstmal ein bisschen erkunden, was man hier überhaupt alles findet. Tür zu? Geht nicht. Okay. Wir leben im Jahr 2200 was weiß ich was. Und wir haben immer noch einen Röhrenmonitor hier stehen. Ey komm, mir verarscht. Ich kann aber nicht alleine. Wir können das jetzt nicht machen. Ich will nicht mit dir gehen. Nein, du nicht. Aber wir können hier nicht bleiben. Wer ist da? Oh, danke Gott. Du bist aus der Resistenz. Siehst du Patrick? Er wird uns helfen. Nein. Sie werden uns helfen. Bitte. Du musst mich helfen. Mein kleiner Bruder. Er will nicht hören. Ich werde nicht gehen. Lass mich alleine. Ich werde nicht alleine. Ich habe gesagt, ich werde alleine. Ich habe gesagt, ich werde alleine. Wir haben keine Zeit für das Kind. Hörst du dich und los. Was? Okay, okay. Ich komme. Ich glaube, das ist eine Art. Ich bin Jennifer, bei der Weise. Ich habe gehört, dass es ein Punkt für die Evacuation ist. Ja, ich weiß. Meine Leute organisieren es. Wir gehen dort jetzt. Ich werde uns dort hin. Komm, los. Wo ist der Rest der Resistenz? Ich weiß nicht. Ich kam hier zu schauen, mich selbst. Ich werde gerade gefragt, bist du dir sicher, dass du in einem Alter, wo du im Walking Simulator spielst, eine Reaktion für den Shooter überhaupt ausreichen? Raus. Aber ganz schnell. Ich merke nur, dass die Mammus verdammt schnell ist. Und ich bin hier eigentlich schon bei... Ja. Ich glaube, ich gebe auch zu sechs runter. Aber das ist besser. Ich denke! Ja. Es sie Die Lawnmover, man. Ja. Die Lawnmover, man. 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 Du kannst dieses Gebiet jetzt nicht verlassen. Können wir dich zuerst um das Hauptziel? Ja, ist ja gut. Das ist aber so chic. Die Lawnmover, man. Die Lawnmover, man. Nein. Ich glaube nicht. Ich habe noch nicht jemanden zu erreichen, aber... Hör. Ich weiß, Colin will uns gehen, aber... ich weiß nicht, wie ich fühle, über jemanden hinterlassen. Ich werde nach anderen Überlegenden suchen. Und wir sollten gehen. Meine Entscheidungen sind von Bedeutung. Ähm. Wir gehen nach anderen. Das hat er mir jetzt in die Hand gedrückt. Ui. Ne Uzi. So, da hinten. Kann man eigentlich die Waffe auch wegstecken? Nö, kann man nicht. Nö, expected. Sie haben mir gesagt, dass du ein Medkit hast für mich? Nö. Nö, jetzt? Also, das ist er derjenige, der uns aus uns zu bringen. Wenn du wirklich нужst, kannst du es. Aber unsere Unabhängungen sind contractlich. Und ich würde gerne es abhängen. Also, du sagst mir, ob du wirklich brauchst oder nicht. Ich habe ihn keine Waffe. Ich werde es ohne ihn behandeln. Ich werde es nicht. Ich bin glücklich, dass du lieber ein Janet davor ist. Haben wir mehr Mut? Keine Ahnung. Wie ist das hier mit Speicherpunkten überhaupt? Spiel laden, super. Unreal Engine ohne Speicherpunkten. Ich glaube ich spinne. Hallo. Fucking hero. You're my fucking hero. Was ist das? Was ist das? Wie sieht denn der mich? Klar. Nein, du kannst nicht mehr reingehen. Oh, 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 oh. Oh. Da. Position für Handfeuerwaffe kann hergestellt werden. Und Mediket. Sehr nice. Anyone in here? Wer ist da? Wer ist da? Du kommst also erst mit, wenn ich das viel da platt gemacht hab? Ja. Alles klar. Der störe die gepanzerte Spinne. Okay. Äh. Okay. Es ist eine große und eine kleine. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut Haben wir jetzt alles nachgesucht? Nein, wir haben nicht alles nachgesucht. Wir müssen hier noch mal ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver suchen. Siehst du, hier geht noch eine Tür. Aber da haben wir noch nichts. Adelsressource. Alt. Wie bei jedem Spiel, wenn wir irgendeine Kloschüssel sehen. Nee, geht nicht. Okay. Das muss sein. Die Waffe ist gar nicht so schlecht hier. Ist gut. Glaub ich nicht. Wir müssen irgendwelche Leute sein, definitiv. Könnte auch so ein bisschen Terminator, The Loot Assistant sein. So viel, wie wir hier jetzt sammeln. Alter Schwede. War wir eigentlich da oben schon drin? Nee, ne? Wie kommen wir da hin? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ach so. Okay. Oh. Mädel! Komm raus jetzt. Ich sehe keinen anderen. Ich gehe nach deinem Weg. Da, 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 da. Haha. Ich sehe sie. Wir sind fast da. Ich sehe sie. Wir sind fast da. Da kommen sie! Was ist die für ne Waffe? Jetzt ist doch nicht weit! Ist das alles leer oder was? Meine Güte! Jennifer, was ist die für ne Waffe? Die T-Cans kommen! Jennifer! Geh rein! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Die Vernichtungslinie ist die Linie, welche die Lebenden von den Toten trennt. Aus einer Armee von Terminatoren, das hört so scheiße an, aus einer Armee von Terminatoren, den ultimativen Tötungsmaschinen bestehend, marschiert sie stetig voran. Ihr Ziel, die vollständige Auslöschung der Menschheit. Willkommen im Niemandsland. Okay, wir machen das. Ich glaube nicht, dass wir uns richtig besitzt wurden. Ich bin Ryan. Das hier ist Eres. Sie ist ein Doktor der Gruppe. Jennifer ist ein Scavenger. Und Colin? Well, Sie können sich fragen, was er denkt. Ich bin gerade mit dem Mittelfinger. Ich bin nur ein Privat von der Resistance. Pacific Division. Pacific? Du bist ein langer Weg von Hause. Was machst du hier? Meine ganze Division wurde ausgelöst. Ich versuche, mit der Südivision zu kommen. Ich habe eine Message für Commander Baron. Das passt so ein bisschen. Währenddem wir hier nämlich Terminator spielen, können wir dann demnächst, ähm, Division anfangen. Oder Dying Light 1. Das passt so ein bisschen. Das ist postapakalyptisch. Das finde ich cool. Wir brauchen den Traktor. Ja. Jennifer. Would you help me? Sure. Und was macht der da? Neue Mission hinzugefügt. Die Regeln der Überlebenskunst. Betritt das Gebäude. Nö. Du hast einen neuen Fertigkeitspunkt. Warum? Weil ich jetzt springen kann, oder was? Ich möchte ein Spiel spielen. Fremde Gefahr. Vorhin ist ein Mann vorbeigekommen. Ich kenne ihn nicht. Und ich habe ihn noch nie gesehen. Wenn einer deiner Kumpels es ist, kannst du ihm ausrichten, dass er nicht willkommen ist. Man erkennt schon, dass jemand nichts Gutes im Schilde führt, wenn er sein Gesicht auf diese Weise verbirgt. Oder hoch? Nein. Denendendendendenden. Der Geruch hat seine Nippelklippen vergessen. Entschuldigung. Deine Schlösserknacken-Fertigkeitsstufe ist zu gering. Alles klar. Entschuldigung. Geil. Obwohl es ja gar nicht so schlecht hier aussieht, ne? So, schönen guten Tag erstmal. Hup. Hup. Na doch nicht. Schau im Keller nach. Oh, haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben nicht 13.49 Uhr. Wir haben 14.03 Uhr. Und das wird ein langer Freitag. Heute ist Ramtamtam. Hm? Das heißt also, nur für diejenigen, die auf Twitch dabei sind, die schauen sich den Freitagnachmittag in langer Folge an. Ansonsten... Dietrich, sehr einfach. Ansonsten gibt es auf YouTube freitags die kurze Folge von Ramtamtam. Im Moment diesen Freitag noch Observer. Haben wir da hinten noch was? Nee. Diesen Freitag noch Observer. Werkbank. Werkbänke können genutzt werden, um gesammelte Ressourcen dazu zu nutzen, einer Anzahl nützliche Gegenstände wie Medikids, Munition oder Sprengstoff herzustellen. Um fortschrittliche Gegenstände herzustellen, musst du jeweils Herstellen-Fertigkeitsstufe erreicht haben. Enttietrisch! Sechs Stück? Haben wir denn überhaupt so viele Ressourcen? Scheint so. Munition haben wir doch. Rot brauchen wir noch nicht. Rohrgranate. Eher ein Rohrkrepiere. Audio-Täuschkörper. Das haben wir doch aus Alien schon gesehen. Ein Wurfgerät, das ein lautes Geräusch erzeugt, mit dem Feine angelockt werden. Apropos Aliens, müssen wir auch noch weiterspielen. Alter Schwede. Rote Plasmazelle, Munition für phasen, phasen ollut. Phasen-Plasmen gewehr Click-Währe der ersten Generation. Zeitlupen-Stimulanz, verlangsamt vorübergehend die Zeit. Das ist was für Saviorkeli. Schmerzstillendes Stimulanz. Was ist jetzt der Finger von den Granaten. Das wird nichts. Ja, Violette Plasmazelle. Munition für Plasmaphasen gewährt der zweiten Generation. Medikit groß. Laserfalle. Laserstolperdraht, der eine Explosion auslöst, wenn eine Bewegung erkannt wird. Plus eins. Geschwindigkeitsstimulation. Schade, das wäre was mit OJ, damit der abgeht bis zum Wie kann die gehen? Oh, was ein schickes Messer. Das ist cool. Terminierungsmesser genannt. Dient zum Zerstören von der Terminator durch Anschleichen und Stoß in den Rücken. Was haben wir hier? Dosengranate. Ein hochexplosives Wurfgerät mit größerem Explosionsradius. Haftbombe. Sprengstoff mit Fernzünder. Bringe mehrere... Stimulation ist immer gut. Gut, 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 gut. Okay, was haben wir denn hier alles? Wir haben noch eigentlich alles. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Schaumkeller nach. Ach so, das waren die Dietrische, genau. Ah, fuck it. Um ein Schloss zu knacken, musst du den Stift drehen. Jenny, das... Stift, dreh dich mal bitte. Und gleichzeitig versuche, das Schloss zu drehen. Das Schloss kann nun vollständig... Nur vollständig 90 Grad gedreht werden, wenn du mit dem Stift den richtigen Winkel findest. Mit Ausnahme von sehr einfachen Schlössern wird der Dietrisch bei zu viel fehlgeschlagenen Versuchungen zerstört. Ja, abbrechen. Wie oft haben wir... Alter Schwede, was ist das? Maus, Schiff drehen, AD, Schloss drehen, T-Tutorial? Okay. Boah, hättest du mal anständig, Waffe. Nee. Für mich. Halt schon raus. Ein Auge, hau ab. Bist du immer so ein Arsch? Was willst du? What do you want? I'm so glad you asked. Since we're stuck here, I figured I'll go see if anything's creeping around the corner. I hear that you're looking for the resistance and where I'm heading, they used to have an outpost. I wouldn't mind backup while I'm out there. So what do you say? Buddies? Talk to Ryan and see if he needs anything. I'm moving out now. Let's meet at the bridge. And don't make me wait, will you? Mission aktualisiert die Regeln der Überlebungskunst. Wie oft denn noch? Bewaffne dich und sprich mit Ryan. Yeah. Medikets. Medikets. Pfebomb. Das wird ein paar Dämmung machen. Noch was? Bö. Schauen wir mal die Tür wieder zu, weil es ja meine Tür. Und wir hatten aber noch was. Was machst du da? Was tust du da? Ja, bitteschön, bitteschön. Lass die Klemmen in Ruhe. Das sind die Eppos. Wo ist denn dieser Einkaufswagen? Ach, der ist oben. Okay. Aber hier war noch irgendwo eine Tür, die zu war. Das war draußen. und was will zu. Hey. Thanks for earlier. I may not agree with your methods, but they did get us out of there. Patrick's been through a lot, you know? I guess we all have. I just wish I could find something, that would take his mind off all this. At least for a moment. Anyway, that's all I wanted to say. Aber schmink im Gesicht. What about your father? What happened to him? He protected us from a tin can. We were able to sneak out, but he had no chance. When I looked back, he was lying there, dead on the floor. I'm sorry, I don't think I'm ready for this. Were there any resistance in Pasadena? They were stationed just outside of town, since I can remember. But they moved not that long ago. We tried to convince ourselves, that maybe we were safe, so they didn't need to be there anymore. But apparently we were wrong. Kein Spielzeug. Can we not play? Come on, Sean. Aha! So, we're going to go back. We're going to go back. We're going to go back. No, 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 no. Let's open the door. Let's open the door. What? Alley, help! Oh, doch nicht. Warte. Vielen Dank.